Miroslav Kahan ist ein ehemaliger slowakischer Fußballspieler und ein Allrounder im defensiven Mittelfeld. Vereinslaufbahn Kahan spielte in seiner Jugend bei Spartak Trawa. Den ersten Profi-Vertrag bekam er auch in Trawa, wo er seit 1994 fünf Jahre gespielt hatte. Danach wechselte er für eine Saison nach Spanien zu Betis Sevilla. Eine weitere Spielzeit absolvierte er beim türkischen Erstligisten besiegter Schistanbul. FSV Mainz 05 spielte. Im Juni 2011 kehrte er nach zwölf Jahren zu seinem Jugendverein und ersten Profi-Verein nach Trawa zurück. Nationalmannschaft Kahans persönlich größter Erfolg waren zwei Tore in einem Freundschaftsspiel der slowakischen Nationalmannschaft gegen die deutsche Nationalmannschaft am 3. September 2005. Seit September 2006 ist er alleiniger Rekordnationalspieler der Slowakei. 2007 erklärte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Im August 2008 kehrte er unter einem neuen slowakischen Trainer in die Nationalmannschaft zurück. Aufgrund einer kurz vor der WM erlittenen Oberschenkelverletzung konnte er nicht an der Weltmeisterschaft in Südafrika teilnehmen, bei der die Slowakei das Achtelfinale erreichte. Am 12. Oktober 2010 machte er beim 1 zu 1 gegen Irland in der EM-Qualifikation seinen 100-Länderspiel. Nach der verpassten Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 erklärte Kahan nach 107 Spielen seinen Rücktritt aus der slowakischen Nationalmannschaft. Titel und Erfolge Slowakischer Pokalsieger 1998 Slowakischer Fußballer des Jahres 2002 Slowakischer Pokalsieger Slowakischer Pokalsieger